Leute, wir werden heute superfett in Roblox und heute mein Gegner ist Alfie, was geht ab? Oh Gott, bist du laut, Junge. Wir machen natürlich heute wieder eine Challenge und zwar eine halbe Stunde haben wir Zeit. 1000 Robux dürfen wir ausgeben und wer von uns dann fetter ist, hat gewonnen. Lass ein Like und ein Abo da. Ich dachte, wir spielen Fortnite. Fortnite! Guck mal. Je dicker man wird, desto schneller wird der Kugel. Das ist irgendwie krass. Ich glaube, umso dicker man wird, desto mehr ist man eine Kugel oder sowas. Okay, es geht los. Ich fang schon an. Guck mal, ich klicke hier schon mal. Okay, also man muss hier irgendwie erstmal auf 100 klicken. Oha, oha. Ich hab dir 100 auch voll. Wie schon? Ja, ja, ja. Und jetzt, ah, jetzt. Okay, wir machen hier gerade noch das Tutorial. Ja, ja, ja. Jetzt müssen wir ein Rennen machen. Bro, du weißt. Ich hab irgendwas. Ey, du weißt, wir machen heute wieder 1000 Robux dürfen wir ausgeben, okay? Ah, ich bin richtig krass. Ich seh dich da. Guck mal, ey. Du bist gar nicht schneller als ich. Was redest du? Von mir bin ich schneller als du. Ich bin, bei uns bin ich weiter vorne. Redest du nicht. Lüg dich. Wie viel Geschwindigkeit hast du? Seh ein, dass ich schneller als du bin. 70. Bro, ich renne 100. Ich renne 100. Ich bin vor dir, Junge, du Noob. Von mir bin ich vor dir, Bro. Jetzt holst du mich langsam auf. Komm schneller. Bitte. Ich bin auch 100. Ich bin auch 100. Oh. Oh, meine Hand tut auch schon weh. Meine Hand tut auch schon weh. Aber Leute, wir schaffen das Ziel. Oh, wir haben nur noch 6 Sekunden. 5 Sekunden. 4. 4. Oh Gott. 1, 2, 4. Oh, gerade so reingeschafft. Gerade so reingeschafft. Oh, du bist 6er geworden. Ich habe auch nur einen Sieg bekommen. Wie schlecht. Es kommt ein Sieg. Okay, okay, okay. Ich glaube, mit einem Sieg. Guck mal, man kann ja noch was anderes trainieren. Muskelkraft. Muskelkraft. Hä? Warum kann man die Muskelkraft trainieren? Da kann man essen und dann Muskelkraft kriegen. Ah. Da kriegt man so. Das wird schneller sogar. Da kriegt man Soßenbonus. Was ist das denn? Okay. Ja, gut, gut, gut. Oh, oh, oh. Und man kann es jetzt ja auch schon Pets holen. Ich habe irgendwas reingeschaltet. Pizzascheibe oder so. Sag, sag, sag. Achso, ja, das ist wahrscheinlich so fetteres Essen, womit man schneller zunehmt. Jetzt geht es richtig schnell bei mir. Au. Da, 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 da. Oh, let's go, let's go. Was kriegen wir? Ich werde mich jetzt mal muten. Ciao. Okay, so. Oh, wir haben unser erstes Pad, Leute. Jetzt machen wir hier schon neun essen. Jetzt machen wir hier sogar schon neun essen, Leute. Okay, das ist krass. Das ist krass, das ist krass, Leute. Das ist krass, das ist krass. Wir dürfen heute 1000 Robux ausgeben. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz in den Itemshop natürlich wie immer rein. Ich werde jetzt hier erstmal Tränke aktivieren. Ich werde jetzt hier erstmal wie immer Tränke aktivieren, Leute. Zack, 1000 dürfen wir wie gesagt ausgeben. Hier schon mal 100 sind weg. Bam. Dann machen wir hier noch den, äh, aktivieren wir hier noch einmal. Es sind 80 weg. Und Glücksbonus, eigentlich auch nicht schlecht. Werden wir, glaube ich, auch noch kaufen. So, dann sagen wir so, ja, so 250 haben wir jetzt hier weg. Pi mal Daumen, so 250 sind weg. Was können wir noch aktivieren? Äh, OP-Auto-Klick. Okay, sagen wir 350 sind weg, weil da muss ich nicht die ganze Zeit hier rumklicken, Leute. Binge ich eigentlich eine coole Idee. So, und OP-Auto-Klick ist aktiviert. Okay, gut, dann warte ich jetzt mal ab. Dann warte ich jetzt mal erstmal ab. Äh, Auto, OP-Auto-Klick. Hä, wir haben das doch gekauft gerade. Hä? Wo ist denn mein OP-Auto-Klick? Bin ich jetzt hier? Gegenstände. Zack, erstmal die Tränke aktivieren natürlich, so wie sich das gehört. Jetzt machen wir nämlich hier doppelt so viel Essen. Haustiere. Haben wir jetzt noch gar nicht ausgerüstet gehabt, oder was? Ne, doch, es war ausgerüstet. Beste ausrüsten. Zack. Oh, jetzt können wir hier sogar schon Brötchen essen. So, dann geht das hier nochmal schneller. Plus 30. Okay, das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal sehr, sehr gut, Leute. Zack, 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 zack. Ey, Alfie sieht schon richtig krass aus. Der hat ja schon zwei Haustiere. Was hat er denn für kostenloses Haustier? Wie kriegt man denn hier kostenlose Haustiere, Leute? Äh, boah, was kann man hier kaufen? Der hat sich safe das hier gekauft, Leute. Für 300 Robux. Okay, das kaufe ich mir jetzt auch hier. 300 Robux, Leute. Das ist ja richtig krass. So, damit, so werden wir investieren. Haben wir jetzt hier direkt auch, zack, ein krasses Pad ausrüsten. Oha, das lohnt sich ja voll. Das hätten wir uns holen müssen. Das hätten wir uns hier holen müssen, Leute. Was jetzt aber nicht checken? Ich habe doch hier OP-Click an. Ich habe doch OP-Auto-Click. Hä? OP-Auto-Train. Das ist dreimal so schnell. Ja, komm, das machen wir jetzt mal. Das hole ich mir immer noch. Zack, zack, zack. Okay. Bam, jetzt geht das hier schneller. Okay, jetzt geht das schneller. Das ist schon mal gut. Das schon mal sehr... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt haben wir hier schon das Hühnchen. Das geht ja richtig ab. Muss man hier Rebirths machen? Aufsteigen. Aufsteigen. Okay, bei 20.000 können wir einmal einen Rebirth machen. Bro, es ist vorbei für dich. Es ist vorbei für dich, Bro. Warum? Weil ich hier ein krasses Rennen mache. Ich mache jetzt hier ein krasses Rennen, Bro. Wie viel Kraft hast du schon, Muskelkraft? 21.000. Ich habe 28. Oha. Ja, aber Bro, ich mache jetzt hier ein krasses Rennen. Bro, ich werde ein noch krasses Rennen machen als du. Zack, 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 zack. Oh, okay, okay. Oh, diesmal bin ich schon schneller. Diesmal bin ich schon viel schneller. Diesmal bin ich schon viel schneller. Und die kann man Eier holen für 5. Oh, werden wir schon Erster? Werden wir schon Erster raus? Was brauchen wir für die nächste Welt? Kann ich dir noch nicht sagen? 1.000 Siege für uns. Oh, Zweiter. Ich bin schon Zweiter. Ich bin schon Zweiter. Das ist sehr gut. Du hast auch die Austiere geholt, Equal. Ja, ich habe mir auch das Pad geholt. Fühl dich nicht extra. Du bist nicht der Einzige. So Angebot habe ich hier auch, Bro. Du bist hier nicht der Einzige, der sich das Superspar-Angebot holt. Entschuldigung, ich habe keine Zeit. Go! Welche Platz werde ich im Rennen? Oh, 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 oh. Hier nochmal ein neues Pad. Hier nochmal ein neues Pad ausrüsten. Bam. Okay, bringt uns aber nicht viel. Ich werde Zweiter. Oh, mein Gott. Ich war fast Erster. Oh, mein Gott, Leute. Das bringt es ja unnormal. Also, man muss hier wirklich Reburfen. Ich hoffe, Alfin vercheckt das wieder. Das lohnt sich richtig krass hier. So, bei 30.000 kriegen wir hier die Pizza. Okay, zack, zack. Das ist schon mal sehr wichtig. Oh, Auchen. Was ist das denn? Auren. Auren kann man kaufen. Aber was bringt das? Wie bekommt man die denn, diese Aura, Leute? Äh, keine Ahnung. Aber, oh, 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 oh. Warte mal, was haben wir jetzt hier schon essen? Wir haben doch hier nochmal neues Essen, oder nicht? Ich könnte doch jetzt hier locker schon den ersten hier wegmachen. Okay, locker, locker. Bro, okay, ich habe 60.000 Stärke. Ich habe 60.000 Stärke. Bro, ich werde jetzt gewinnen. Ich werde jetzt hier gewinnen. Easy. Welcher Platz wirst du, zack. Bro, ich werde jetzt safe Erster und dann gehe ich in die nächste Welt. Ich hole jetzt einen Eifel 50 Trophäen, Aquain. Wo wir hier schon sind, Leute. Ungewöhnlich eine Katze. Zack, und. Nein. Welcher Platz bist du? Ich, Bro, warte, 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 warte. Und. Bro, ich werde erster, ich werde erster, ich werde erster. Wichtig, wichtig, wichtig. Wichtig, wichtig. Doch, doch, ich werde hier erster. Ich werde schon erster. Wirklich? Ja, ich schon. Ich bin echt erster, ja? Was habe ich verpasst? Du hast bestimmt noch irgendwas gemacht. Du brauchst. Du hast bestimmt noch irgendwas gemacht, Aquain. 1.000 Siege braucht man für Welt 2. Oha. Ja, die hast du niemals, Aquain. Nee, habe ich auch nicht, habe ich auch nicht. 1.000 Siege, das ist ja krass. Okay, da müssen wir ein paar Wins hier holen. Oh, Aquain. Das ist sehr krass. Ich gucke gerade, was hier noch gibt, Aquain. Ich gucke gerade, was mir die noch so machen kann, Aquain. Du hast viel verpasst. Ja, guck doch mal. Ich habe gar nichts verpasst. Ich glaube, du hast viel verpasst. Ich schlafen, Aquain. Ich glaube, du hast sehr, sehr viel verpasst. Bei euch geht es gleich in die nächste Welt. Und dann werde ich vor dir da sein. Oh, wie toll ist das hier alles. Den Trink aktivieren, Sonnebomben. Oh, was ist das hier? Richtig, richtig, richtig. Wir können Sonnebomben aktivieren. Aha, das ist ja sehr schön. Aquain. Aha. Ja, Bro, das ist nur 1% Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, Bro. Warte, hier gibt es noch diese Slots. Hier kann man doch bestimmt irgendwas kaufen oder so. Guter Call. Gut, dass du das sagst. Kann man irgendwas momentan noch platzieren? Ey, 1000 Siege, das ist doch viel zu schwer. Nein, ist gar nicht so schwer. Man kriegt nur 125, oder wenn man gewinnt? Oder du hast doch bitte Siegegold, Aquain mix. Also, ich sag's mal so, ich hab einen Trank aktiviert. Einen doppelt Siegestrank. Aquain mix! Wo ist der Trank? Kann ich dir nicht sagen? Kann ich dir nicht sagen, Bro. Kann ich dir nicht sagen? Ich hab's auch geholt. Ich hab's auch geholt. Ja, Bro, ich werde trotzdem vor dir in die nächste Welt gehen. Nein, Aquain mix. Hast du schon Rebirth gemacht? Ich werde so fett sein. Ich werde viel früher als so fett sein. Ja, klar. Hast du Rebirth gemacht? Klar hab ich schon Rebirth. Ich bin doch kein Noob wie du. Wirklich? Natürlich hab ich schon Rebirth, Bro. Okay, dann muss ich auch jetzt. Dann muss ich auch. Oh, ich hab hier schon richtig Rebirth. So, zack. Easy. Zack, let's go. Noch einmal rennen, Leute. Noch einmal rennen, dann gehen wir in die nächste Welt. Ganz, ganz einfach. Kann ich, jetzt hab ich. Ganz einfach machen wir das hier. Oh, haben wir noch eine Million. Leute, die Frage ist, wo können wir diese Auras? Da ist es Juwelen-Shop. Wir müssen mal gucken, wo wir diese Aura aktivieren, weil ich glaub, das ist sehr wichtig. Zack, zack, zack. Warte mal, wo war das hier? Äh, Trade. Nee, nee, wo haben wir das gerade gesehen? Hier, diese Ausrüstung. Die Dinger müssen wir uns kaufen. Verzaubern, Gegenstände. Das ist sehr wichtig, Leute. Und dann gehen wir jetzt hier nämlich mal schnell in die nächste Welt. Oh Gott, wir essen hier schon so viel. Wir essen hier schon so viel, Leute. Zack, zack, zack. Aber nächster Rebirth dauert richtig lange. Eine Million braucht man dafür. Egal, jetzt hier noch einmal rennen, dann gehen wir in die nächste Welt. Dann war's das hier für Alfie. Bap, 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 bap. Boah, wie schnell wir mittlerweile sind. Yo. Also, Bro, ich geh jetzt in die nächste Welt, will ich dir nur sagen, ne? Ey, Will. Ich geh jetzt in die nächste Welt. 1.000. Was bringen diese Gems? 1.000 hab ich. Die Gems. Bro, ich hab da so eine Idee, was die bringen. Kann ich dir aber nicht sagen. Ich mach jetzt ein Wettrennen. Ich mach jetzt ein Wettrennen. Ich muss die Wettrennen. Kann ich dir nicht sagen. So, ich guck mich jetzt hier mal um. Hier Lebensmittel. Hier kann man diese Lebensmittel kaufen. Hier haben wir schon das Beste. Goldene Haustiere. Und hier wahrscheinlich Juwelen-Shop. Ah, Windboost, Juwelen-Einkommen, Haustier, Magnet-Range. Ah, das ist ja sehr interessant. Magnet-Range, Windboost. Windboost hört sich ja schon mal gut an. Aktivieren wir hier mal die volle Stufe. Zack. Machen wir voll. Ey, was machst du hier, Alfie? Hast du's auch gesehen? Ich hab mich erwischt, ein Crymax. Ah, schön für dich. Crymax, fühl dich nicht, fühl dich nicht. Bringt dir nix. Zack, 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 zack. Man kann die Haustiere zu Gold machen. Ja, schön für dich. Aber es ist zu riskant, es ist zu riskant nix, ist Essen. Bringt dir nix. So, ich geh jetzt hier mal in die nächste Welt, du Noob. Ja, mach ein Crymax, fühl dich ein Crymax. So, zack, wir müden uns hier mal direkt. Zack, ab geht's in die nächste Welt. Leute, hier kann man auf jeden Fall auch wieder irgendwas machen. Und zwar müssen wir uns hier am besten mal, während wir hier trainieren, mal kurz umgucken. Ähm, so, hier kann man irgendwie da diese Soße aktivieren. Hier dieses Soßen essen. Ich glaub, da trainiert man nämlich schneller, wenn man hier sitzt. 1000 kriegen wir da immer. Und ansonsten, wenn ich so trainiere, auch 1000. Was bringt das denn dann, diese Soße? Soßenbonus, 250. Ah, da krieg ich 250 mehr quasi dazu. Okay, da können wir ein bisschen krasser trainieren. Äh, OP-Soße. Was kann man hier noch machen? Nächstes Essen sehen wir hier. Oh, Schmied. Hier gibt's eine Schmiede. Alter, ah, hier können wir diese Dinger machen. Okay, das ist wichtig. Crafting, Kurzschwert erhöht die Berührungskraft. Erhöhungskraft. Erhöht das Glück. Okay, Berührungskraft. Craft. Wir craften das ein paar Mal, Leute. Zack, 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 zack. So. Dann gehen wir hier nämlich hin. Bap, 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 bap. Und rüsten das nämlich hier direkt mal aus. Das ist schon mal sehr wichtig. Oh, was ist denn das für ein krasses Package? Was ist denn das hier für ein Package? Frosty, Frosty Bundle. Aber brauche ich nicht, Leute. Brauchen wir nicht. So, okay. Sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Oh, hier können wir noch ein paar kostenlose Sachen einsammeln. Ich glaube, man muss irgendwie immer warten, ja? Bis dieses Rennen startet. Doch, zu lange. Ich kriege keine Trophäen, ey. Ich kriege keine Trophäen, ey. Ich kriege keine Trophäen, ich kriege keine Trophäen, ey. Ha, ha, ha. Ich glaube, wenn da andere sind, dann müssen die das Rennen erst laufen. Dann darfst du, also dann geht es wieder los, weißt du? Um Gottes Willen bin ich hier langsam in der Welt. Ach, du heilige Bro, in der nächsten Welt, das wird ja nichts. Ach, du heilige. Oh mein Gott, Leute. Hier in der Welt ist man ja so langsam bei dem Rennen, beziehungsweise das Rennen ist so lang. Da müssen wir echt krasser werden. Hier müssen wir viel krasser werden. Aber ich glaube, wir kommen trotzdem durch. Wir müssen es trotzdem ein bisschen Ziel schaffen. Ba, 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 ba. Wir werden gerade mal dritter hier. Wir werden gerade mal dritter, Leute. Aber, oh mein Gott, kriegt man hier viele Wins. Man kriegt richtig viele Wins. Das ist schon mal sehr gut, Leute. Zack. Und jetzt können wir uns hier nämlich bessere Haustiere holen. Mit den Dingen hier. Oh, für 12.000 gibt es hier ein gefrorenes Ei. Oh, ich glaube, ich würde eigentlich am liebsten auf das gehen, Leute. Komm, wir machen noch ein Rennen. Noch ein Rennen und dann holen wir uns hier direkt das krasse Pad, Freunde. Und dann ist eh Ende für Alfie. Dann ist sowieso Ende für Alfie. Dann ist Ende. Wir starten langsam rein. Wir brauchen sehr lange zum Durchstarten. Aber dann geht es schneller. Oh, wir sind muted. Bro, Alfie. Alfie, für dich ist gleich Ende. Für dich ist gleich Ende, Bro. Ich muss immer auf die Rennen warten. Das dauert so lange. Ich glaube, das ist, weil da andere Spieler bei dir sind. Und wenn die gerade ein Rennen machen, kann man das nicht nochmal starten. Weil wenn du alleine in der Welt bist, dann musst du immer nur 10 Sekunden warten, um zu starten. Hey, das ist so gemein, mein Quiming. So, zack. Und ich bin natürlich schon schön in der nächsten Welt. Oh mein Gott. So, wie viel Stärke hast du, sag ehrlich? Kann ich nicht sagen, Bro. Kann ich nicht sagen. 400.000, Bro. 400.000 hast du? Okay, das ist gar nicht mal so schlecht. Ich bin bei 700.000. Aber ich habe mir jetzt hier schon ein Pet geholt. Ja, ich komme, ich habe ein Quiming. Ich brauche nur 1.000 Siege. Ich habe hier schon sehr krasse Pets, Bro. So, ich bin jetzt am nächsten Rennen. Ich muss den Lockerplatz. Okay, okay, okay. Fühl ich nicht. Bro, das geht zu krass ab hier. Fühl ich nicht. Das geht hier zu krass ab bei mir. Fühl dich nicht, ein Quiming. Ja, doch. Ich fühle mich sehr gut. Okay, wir gucken mal hier. Essen, das nächste Essen. Was haben wir hier gerade? Haben wir doch schon freigeschalten, oder nicht? 100.000? Oh, man muss das hier mal ausrüsten. Oh, jetzt geht es ja viel schneller ab. 4.000 machen wir jetzt hier pro Essen. Ey, das ist ja voll wichtig, Leute. 1,1 Millionen. Also, wir müssen auf jeden Fall immer hier hingehen und das beste Essen ausrüsten. Ganz, ganz wichtig. Eine Million kriegen wir wieder das nächste. Oh, und wir können jetzt hier aber auch ein Ding machen. Wir machen jetzt hier gleich noch einmal Rebirth. Holen uns aber erst noch hier die Schokolade, damit das gleich noch schneller geht. So, zack, zack, zack. Jetzt sind wir gleich auf 1,1 Millionen. Und jetzt ausrüsten. Perfekt. Jetzt machen wir 5.000. Und jetzt machen wir nämlich hier einmal Rebirth. Rebirth. Und jetzt, oh mein Gott, das bringt ja so viel. Das bringt das Dreifache. Okay, das war's. Bro, das war's. Das ist das war's. Bro, also dieses Rebirthen ist wirklich so OP. Das bringt halt echt dann das Dreifache. Also, das ist zu krass. Ich komme in die nächste Welt jetzt. Das ist zu krass. So. Boah. Leute, unsere Aura. Wir haben gerade eine Aura beim Rennen gewonnen. Das gibt uns Schatzglück plus 5% und Fettbrotippen plus 10%. Ey, diese Auras bringen ja auch so viel. Ey, das war's für dich. Bro, ich bin da, Bro. Ich bin da, Bro. Es läuft zu krass bei mir. Es läuft wirklich zu krass hier bei mir gerade. Ich bin da, Bro. Wo bist du, Bro? Es gibt auch noch eine Sache, die hast du locker noch nicht gecheckt. Die hast du locker noch nicht gecheckt. Kann ich dir nicht sagen. Auren, Auren. Ja, die Auren. Hast du schon eine Aura? Okay, die her. Bro, die kann man beim Rennen gewinnen. Und ich habe gerade eine gewonnen. Bro. Ich habe die Mentale-Stücke. Ich meine Mentale-Stücke. Ich meine Mentale-Stücke. Ich meine Mentale-Stücke. Und bam, Leute. Können wir nämlich nochmal schöne extra Pets ausrüsten. Und dann geht es hier richtig ab. Dann ist jetzt hier richtig Ende für Alfie. Dann ist hier richtig Ende. Haben wir eigentlich schon doppelt Wins? Ja, haben wir ja durch unsere Tränke ja sowieso aktiviert. Okay. Und Haustiere. Beste Ausrü... Boah, 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 boah. Doch jetzt. Bro. So, ich habe jetzt locker 700.000 Leute. Das geht ja viel zu schnell, der Quai-Mix. Du hast verloren. Nein, nein, nein. Du checkst noch nicht, was abgeht. Du checkst dir nicht, was abgeht. Ich mache gleich das Rennen und werde sofort gewinnen. Ach, du Heilige. Du musst doch das Essen kaufen. Was mache ich denn? Ich mache jetzt hier auch das Rennen. Bin mittlerweile bei 3,3 Millionen Stärke. Das Essen hier ist nichts Essen. Oh, gut. Mal gucken, ob wir jetzt hier... Aber ich glaube, Erster werden wir nicht damit. 53.000. Ich glaube, für Erster reicht es nicht. Oder? Du wirst niemals Erster, Bro. Wobei, ich hole auf. Ich hole... Nee, nee, nee. Aber der ist vor mir im Ziel. Nein, Bro. Er ist trotzdem vor mir im Ziel. Ja, aber es läuft trotzdem sehr gut. Zweiter. Ich werde hier schon Zweiter. Oh, das ist Kenny West. Gegen The Goat. Wie viel hast du, dass du Zweiter wirst? 3,6 Millionen. Dann brauche ich Rebirth. Ich brauche Rebirth. Schnell. Das ist zu krass. Das ist zu tolle. Ich brauche schnell den Rebirth. Also Rebirth bringt wirklich das... Das ist so krass. Also hier, man kriegt auf einmal dreimal so viel. Wenn man Rebirth. Okay, danke für die Info-Aquimix. Ich gönne dir doch, Bro, Bro. Ich habe dich gleich, mein Kumpel Bro. Ich gönne dir, Bro, Bro. Danke, mein Kumpel Aquimix. Aber ich habe gesagt, dir eine Million voll. Oh mein Gott. Wie krank das abgeht. Wie krank das abgeht. Hast du nicht den VIP-Soßentisch geholt? Zack. Äh, nee, habe ich nicht. Ey, du hast den VIP-Soßentisch. Der kostet nur 1 Euro. Was? Okay, das lohnt sich ja voll. Nein, 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 ich hole nicht holen. Bitte Aquimix. Alter, der ist ja voll krass. Verschwinde, das ist 20. Ich kaufe mir den jetzt auch. Ich sitze hier. Das lohnt sich ja übertrieben krass, der VIP-Soßentisch. Blatt, der Aquimix. Yo. Ey, du kannst dich hinsetzen. Das gibt ja plus 19.000 Bonus. Alter, das ist ja voll OP. Warum so viel bei dir? Bei mir nur 2.000. Ich glaube, das ist so prozentual. Bei mir gibt es plus 19.000. Bei mir ist das richtig krass. Das war es für dich, Alfie. Aquimix, noch lange nicht. Das war es, Bro. So, wir sind... Alter, guck mal, wie dick wir schon sind. Wir sind so dick, Leute. Warte auf! Ich habe jetzt vielleicht 10 Millionen. Du bist nicht wild dicker, Alter. Nein, 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 ich bin super dick. Ich bin super dick hier schon. Ich esse meine Chicken Nuggets Aquimix. Zack, 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 zack. Ich kann mich nicht hinsetzen. Und nächstes Rennen. Mal gucken, ob wir jetzt hier den ersten... Ich habe immer O-Blox-Bugs. Was soll das? Und ja, perfekt, perfekt, perfekt. Ich werde hier schon erster. Ich werde hier schon erster. Ich werde hier schon erster, Bro. Dann werde ich jetzt auch Aquimix. Ich fühle dich nicht... Oh! Man kriegt 160.000 Wins. Oh, 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 oh. Krank, 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 krank. Oh, 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 oh. Ist das krank? Oh, 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 oh. Oh, jetzt! Jetzt, komm schon! Ey, ich will mitmachen im Rennen! Aha! Du bist eine Sekunde zu spät ins Rennen rein. Hey, ich muss 50 Sekunden warten. Ey, was ist das für ein Spiel, der Quiming? Bro, ja, du musst halt schnell genug ins Rennen gehen, du Noob. Guck mal jetzt. Ah, nee! Achtung, es geht wieder los in 8 Sekunden, 7 Sekunden. Ich komm, ich komm, ich komm! Hier. Ich bin der Aquimix, jetzt gewinne ich. Ich werde gewinnen, der Aquimix. Nee, 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 guck mal, wie ich dich jetzt wegziehe. Guck mal, wie schnell ich bin der Aquimix. Ey, ich bin da richtig langsam! Hä? Bro, wo bin ich denn? Du brauchst, also ich sag so... Du bist schon erster! Du musst ein bisschen mehr Gas geben, Alfie, sonst wird das hier nichts. Klar werde ich hier schon erster. Nein. Klar werde ich hier schon erster, Bro. Ja, ich werde schon dritter und das war mein erster Run, das ist ja voll okay. Oder nee, ich werde vierter, okay, weil du erster bist. So, zack, zack, zack. Nächstes Rennen, 30 Sekunden. Plus 6.000 Siege, was? Das ist ja richtig krass. Ey, Money! Und zack, hier wieder Win. So, jetzt 10 Sekunden. So, ich kann mich jetzt machen, aber alle Platz. Noch ein Rennen, dann gehe ich wieder in die nächste Welt, Bro. Nein, wirklich? Noch ein Rennen und ich bin weg. 750.000 Siege braucht man hier? Ja. Hä? Was hast du gekauft? Hast du den Trank aktiviert? Doppelt Wins? Ja, hör dich. Ja, wenn du erster wirst, kriegst du 160.000 pro Win. Also, da geht's dann. Oh, na gut. Du musst halt besser abschneiden, Alfie. Ich muss gleich besser trainieren gehen. Ich gehe jetzt mal in die nächste Welt, du Noob. Ja, mach, Bro. Ist okay, Bro. Ist okay, Bro. So, und zack. Was verdient dein Climing? Ja, danke, Bro. Weiß nicht sehr zu schätzen, Bro, Bro. Kein Ding, Bro. Ja. Aber, ich werde mich vermuten. Ich werde mich vermuten. Ausrüstung schmecken. Ach, hier können wir jetzt die Ausrüstung zusammenschmecken. Ah, okay, das ist gut. Da bringt das dann nämlich mehr, Leute. Um 50 Prozent. Okay, das ist krass. Das ist krass, Leute. Das ist krass. Ausrüstung. Okay, wir müssen eigentlich mehr von denen holen. Wir müssen mehr von denen holen, Leute. Das war ja in der anderen Welt. Und Verzauberungskiste? Was kann man... Hier kann man sich Verzauberungskisten holen mit den Dingen. Hier haben wir ja noch ein paar davon auf Lager. Die Frage ist nur, wie viele haben wir davon noch von diesen Aura-Po... Ah, 82. Also, ich könnte mir auf jeden Fall hier sowas holen. Was kann man denn hier kriegen, Leute? Was ist das? Fortune 2. Okay, Glück. New Enchantment. Fortune 2. Okay. Sehr interessant, Leute. Was haben wir jetzt davon? Verzauberung. Haustier auswählen. Kein Haustier verfügbar. Okay, das muss man wohl auf ein müthiges Haustier dann machen. Okay, so. Bei 19 Millionen kriegen wir hier das nächste Essen. Also jetzt, Leute. Chickenbox. Boah, jetzt machen wir hier schon 50.000. Okay, das war's. Das war's. Gehen wir zur OP-Soße. Also, wir machen jetzt hier 80.000 pro Ding. Also, es wird, glaube ich, Zeit, dass wir hier gleich einmal nochmal einen Rebirth machen. Und dann machen wir nämlich nochmal dreimal so viel. Und dann ist hier sowieso Ende. Dann ist hier sowieso wieder Ende für Alfie, Leute. Dann ist hier sowieso Ende im Gelände. Zack, zack, zack. Wir lassen uns jetzt hier einmal volllaufen, würde ich mal sagen. Skip saves the power. Ach, wenn man skippt, savet man die Power. So, die Schokolade. I'm claiming. Bro, es geht mittlerweile so schnell hier bei mir in der nächsten Welt. Du kommst nicht mehr hinterher. Fühl dich nicht, I'm claiming. Das war's für dich, Bro. Du fühlst dich etwas zu krass, I'm claiming. Das war's für dich, Bro. Man kann nicht craften, was ist das? So, zack. Und bam, wieder. Ich habe Rebirth gemacht, Rebirth gemacht. Oh mein Gott. Wie schon? Das ist für eine Million oder wie das fiel. 25 Millionen, meine ich. 25 Millionen hast du. Ja, ja. Ich bin doch kein Noob, Bro. Ich bin kein Schwätzer. Nein, hä? Ich bin kein Schwätzer. Du laberst ein Quäinchen. Bro, weißt du, wie schnell das hier geht, wenn man hier an dem VIP-Tisch ist, Alter? Wie craftet man Haustiere? Oh mein Gott. Wie craftet man Haustiere? Bro, da bei dem Craften Ding, wo du isst, das sind doch diese Verzauberungen. Da muss man auf Gegenstände gehen und dann Ausrüstung. Kannst du die Ausrüstung anlegen. So, kleiner Noob, Junge. Ich habe dreimal den gleichen, wie sie noch kombinieren können. Sehr interessant. Sehr interessant. So, das packen wir auch nochmal ein hier. Zack, zack, zack. Bro, kann man die Craften oder nicht Equipment? Man kann sehr vieles craften, Bro. Wie craften meine Tiere zusammen? Die Tiere? Ja, zu Golddingern. Ich glaube, das war in der ersten Welt, wo man die zu Gold machen konnte. Ach so. Ja, das will ich nicht. Ausrüstung verschmelzen. Oh, 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 oh. Ach, du Heilige. Oh, I-Cramings. Warte ab, Bro. Ich bin gleich da, Bro. Ich bin gleich da, Bro. Oh mein Gott. Ich will schnell klicken hier. Zack, 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 zack. Boah, okay, okay. Wir haben krasse Sachen, krasse Sachen jetzt hier mittlerweile. Fühl dich nicht, ich bin gleich da. Ich hab's gleich. So, pa, 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 pa. Boah. Also ich mach 100, 125.000 pro Essen. Das ist sehr wenig Equipment. Das ist sehr wenig. Nein, das ist sehr krass, Bro. So, jetzt rennen wir beim Rennen. Mal gucken, wie viel wir hier bekommen beim Rennen. Fühl dich nicht. Ich denke mal, wir werden jetzt hier auf jeden Fall noch nicht so gut abschneiden. Aber wir gucken mal, wie weit wir kommen, Leute. Oh mein Gott, bin ich langsam. Oh mein Gott, sind wir hier langsam. Mit 30 Millionen sind wir hier so langsam. Ach, du Heilige. Ich glaube, ich werde letzter oder vorletzter. Sehr gut, sehr gut. Oh mein Gott. Mal gucken, ob wir es überhaupt ins Ziel schaffen, Leute. Also okay, ich gebe auf jeden Fall alles. Wir tappen hier, wir tappen, wir geben alles, wir geben alles, Leute. Ja doch, wir schaffen es, wir schaffen es ins Ziel. Das ist schon mal sehr gut, wir werden dritter. Das ist schon mal gut, kriegen wir schon mal gute Punkte. Acht Millionen Siege. Acht Millionen Siege kriegt man hier. Okay, wir holen uns hier die Pets. Wir müssen uns safe hier mal die Pets holen, damit das noch schneller geht, Leute. Safe hier die Pets holen. Oh, eine Krabbe. Kommen wir mal direkt nochmal. Ich glaube, wir müssen auch die Pets verschmelzen. Wird, glaube ich, auch wichtig. Krabbe. Haustiere. Ausrüsten. Boah, die bringen mittlerweile 910. Okay, okay, Ende. Ende, 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 Ende. Guck mal, 234.000 machen wir jetzt hier. Ja, okay, das ist zu krass. Also wir müssen ja noch mehr auf die Pets auf jeden Fall gehen. Ich merke schon. Ein paar mehr Pets ziehen, die vielleicht sogar noch zusammenschmelzen. Kann man das hier machen? Den muss man wahrscheinlich an diese Verschmelzungsmaschine gehen. Muss man wahrscheinlich an die Verschmelzungsmaschine gehen, Leute. Zack, zack, zack. Okay. Und jetzt sind wir gleich nochmal doppelt so schnell. Mal gucken, ob wir vielleicht sogar jetzt schon schneller sind. Boah, das bringt auch voll viel diese Donuts aufzunehmen. Brobe. Äh, ah ne, Alphi ist nicht da. Dann hätte ich ihm das als Tipp gegeben. Wenn man hier die Sachen aufsammelt, das bringt ja übel viel. Guck mal, das bringt 400.000 Bonus. Und okay, wir gehen rein. Wir gehen rein, Leute. Wir gehen rein, wir gehen. Ach, das habe ich auch total vergessen. Hier nächstes Ding ausrüsten. Okay, jetzt Ende. 70 Millionen, 70 Millionen Geschwindigkeit. Gerade eben waren wir schon Dritter. Mal gucken, ob es jetzt für Zweiter reicht. Aber boah, ich weiß nicht, ob wir hier den Pirat noch aufholen. Glaubst fast nicht. Glaubst fast nicht, Leute. Der Pirat, der ist schon sehr schnell im Ziel. Also von der Endgeschwindigkeit sind wir, glaube ich, sogar schneller. Wir holen den langsam auf, aber so lang ist die Strecke hier nicht. Da kommen wir nicht ran. Trotzdem nur Dritter. Trotzdem nur Dritter, Leute. Schade. Aber egal. Kann nicht mit leben. Kann nicht mit leben. Wir holen uns jetzt hier noch ein paar krasse Pads. Hier noch mal ein paar Baba Pads holen, Leute. Und was kriegen wir? Nochmal die Krabbe. Sehr gut. Können wir auch alle verschmelzen später. Mit Krabbe kann ich leben. Und okay, nur ein gewöhnlicher Fisch. Leider einmal nur gewöhnlicher Fisch. Aber egal. Beste ausrüsten. Boah, okay, okay. Jetzt 350.000. 350.000 pro Essen. Ist das krank. Ist das krank, Leute. Wenn wir hier hingehen, machen wir 500.000 pro Essen. Hier machen wir 500.000 pro Essen, Leute. Ach, du heilige. Ach, du heilige. Das war's für Alfie. Das war's. Das war's für Alfie, Leute. Gibt es hier nochmal irgendwelche Geschenke oder so, die man einsammeln kann? Hier anfordern. Bam, bam, bam. Fordern wir natürlich an hier. Hier nochmal Nachos ausrüsten. Okay, jetzt. Also jetzt ist ciao. Jetzt ist wirklich hier komplett ciao. Jetzt machen wir hier 600.000 pro Essen. Ist das crazy. Also wenn wir jetzt nicht irgendwie Zweiter werden, dann weiß ich auch nicht. Das geht jetzt hier so schnell. Geht jetzt hier irgendwie so schnell, Leute. So, dann gehen wir mal rüber. Und jetzt kommt Zweiter. Zweiter, Zweiter, Zweiter jetzt. Mit 140 Millionen. Wir gehen mit 140 Millionen Fettheit ins Rennen. Mit 140 Millionen Kilo. Wir starten halt sehr langsam, aber wir kommen im Late Game. Dann werden wir schneller. Wir bräuchten irgendwie so einen Boost am Anfang. Gibt es da irgendwas? Müssen wir mal schauen, ob es da irgendwie so einen Boost gibt. Ah, komm Pirat, Pirat, Pirat. Wir holen den Pirat noch auf. Komm, wir müssen nur voll mit dem Ziel sein. Das wird eine ganz knappe Nummer. Ja, oh mein Gott, Zweiter. Nein, wie knapp, Dritter. Nein, wie knapp, Leute. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein, Leute. Das darf doch hier bitte nicht wahr sein. Okay, 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 okay. Gibt es hier nicht irgendwie so einen Boost oder so? Also gibt es hier irgendwas, was ich nicht weiß? Also Aura? Ey, okay, okay. Ich will nochmal was anfordern. Ich glaube, es gibt hier keinen Boost. Ich glaube, es gibt es hier nicht. Egal, komm, wir holen uns hier nochmal Pads. Aber so arg viel dürfen wir auch gar nicht mehr jetzt in Pads investieren. Weil, Leute, wir brauchen ja auch sau viel Ding hier, um in die nächste Welt überhaupt kommen zu können. Komm, noch einmal hier Pads holen und dann war es das. Ungewöhnlich, okay. Und beste ausrüsten. Let's go, let's go, okay. 460.000 pro Essen. Sehr stark, Leute. Sehr, sehr stark. Mal gucken, ob es jetzt schon reicht, für Erster zu werden. Ich bin mir nicht sicher. Wir finden es raus. Okay, okay, okay. Also ich glaube, Zweiter müssten wir jetzt eigentlich werden. Das war gerade so knapp gewesen. Aber hier den DJ Khaled, also der wird, der ist ganz schwer. Der ist ganz schwer zu kriegen, weil wir halt am Anfang so langsam sind. Okay, den Pirat haben wir auch. Immerhin Zweiter, immerhin Zweiter werden, weil da kriegen wir schon mal sehr viel Münzen. 41 Millionen Siege fürs Zweiter werden. Okay, crazy. Sehr crazy. Sehr, sehr crazy, Leute. So, Birchie. Jetzt können wir schon Birchies essen. 500.000 pro Essen. Wenn wir hier noch mit Soßenbonus hingehen, kriegen wir 800.000 pro Essen quasi. Also wir machen schon fast eine Million pro Sekunde hier an Stärke dazu. Aber es geht mir trotzdem, es geht mir trotzdem noch nicht schnell genug. Es geht mir noch nicht schnell genug. Das Problem ist hier auch, unser Trank lässt gleich nach. Unser Siegeszauber. Den müssen wir, glaube ich, nochmal aktivieren, damit wir natürlich mehr Wins immer kriegen. Und ansonsten, ich überlege gerade, wie wir das vielleicht noch ein bisschen knackiger hinkriegen, dass es noch schneller geht. Ansonsten, wir brauchen wahrscheinlich noch krassere Pets. Wir brauchen noch heftigere Pets, Leute. Anders, da geht es nicht. So, gibt es hier... Vielleicht gibt es auch irgendwie Reittiere. Wie schaltet man denn die Reittiere frei? Spielpässe, Ausrüstung. Du läufst 6% schneller. Vielleicht müssen wir noch mehr von diesen Geschwindigkeitsschuhen. Ich glaube, wir brauchen noch mehr von diesen Geschwindigkeitsschuhen. Okay, 260 Millionen. 260 Millionen. Komm, Leute. Komm. Hey, Crymax. Ich bin in der neuen Welt, Bro. Wo bist du mein Komplett? Bis du hier bist, ey. Bist du hier bist... Ich bin doch schon da, Crymax. Ich bin schon da, Bro. Bis du hier bist, bin ich schon gefühlt... Ich werde hier schon Zweiter, ey. Hä? Zack, 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 zack. Der ist 19 Millionen. Bro, du musst hier... Hier musst du richtig Gas geben. Nein. Hey, Bro. Dieser erste, dieser DJ Kelle, die ist ja so schwer zu holen. Der erste ist stark. Der erste Platz. Oh, okay. Ja, ja, der erste Platz. Ich habe eine Idee. Ich muss nachdenken. Ich brauche neue Taktiken. So einfach hier spielen bringt mir nichts mehr. Ich muss, glaube ich, meine Pets zu Goldpets machen. Ja, das denke ich für mich auch, Crymax. Das ist hier die Taktik. Ich glaube, anders wird es mir sonst zu schwer, Crymax. Wir holen uns hier Pets. Zack. Mach das, Crymax. So, ich mache mir jetzt auch ein Rennen hier. Mal gucken, welcher Platz ich werde. Mach doch mal. Na, läuft nicht so gut, hä? Hä? Das gibt gar keinen Sinn. Kann ich den vorletzten aufholen? Es gibt ja auch nur ein Ei zum Kaufen. Das verstehe ich auch nicht. Ey, das dauert ja richtig... Ja. Willkommen hier in der Welt, Junge. Du hast mehr Geld aus euch ausgegeben. Wie viel aus dir hast du? Fünf. Fünf bestimmt, oder? Ja. Ich wusste es. Ja, hä? Bro, man darf doch tausend Robux ausgeben, haben wir doch gesagt. Du musst es schneller. Kannst du auch machen. Ja, Bro, aber ich hole dich trotzdem auf. Ich habe meine Taktiken heute. Hast du schon die Codes gesehen? Ach, Bro, hast wieder Codes investiert. Er hat wieder irgendwelche Codes rausgesucht. Na, egal. Bro, dann mach du deine Codes. Da gibt es gar keine in der Welt. Das war ein Prank. Alles gut. Bro, weiß nicht. Mach deine Codes. Ist mir egal. Ich Crymax. Ist mir egal, Bro. So, jetzt habe ich 10 Millionen. Das war's für dich, Crymax. Nein, 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 nein. Wie toll ist hier das Ei? Drei Millionen! Sag, sag. Wo kann man hier in die anderen Welten? Ich muss Goldpads machen. Ich muss Goldpads machen. Kann ich dir nicht sagen. Kann ich dir nicht sagen, Crymax. Wo kann man hier in die anderen Welten, Leute? Ich check das hier nicht. Kann ich dir nicht sagen, Crymax. Kann ich dir nicht sagen. Bro, hör auf, um zu quatschen, Junge. So, ich bin gerade in der ersten Welt. Erstmal die Juwelen wieder. Hä? Ich gehe teleportieren. Zack, 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 zack. Boom, 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 boom. Bro, ich habe es rausgefunden. Hey! So. Wieso, Crymax? Wieso, Crymax? Und bitte, bitte, ich komme Gold ist auf dir. Goldpads, Goldpads, Goldpads. Oh, man braucht 5, um ganz normal sicher zu sein. Ich habe eins, ich habe eins, Crymax. Oh mein Gott. Ich habe eins, Crymax. Und ich mache auch einen Goldpad. Hör auf, bitte. Ich mache auch einen Goldpad, ich mache auch einen Goldpad. Bitte, Crymax. Warte, ich habe eine andere Idee, wie ich dich auf... Ich muss mich newten, ich muss mich newten. Okay, okay, macht das. Okay, Leute, wir haben einen Goldpad. Das bringt 1000. Okay, okay, Goldpads lohnen sich krass. Goldpads lohnen sich sehr krass. Ich würde es gerne mit den drei probieren, aber es wäre dumm. Es wäre sehr dumm, Leute. Goldpads lohnen sich absolut crazy, Leute. So, und zack. Hä, ich brauche jetzt hier, um... Ach, warte, müssen wir einfach... Müssen wir durch die ganzen Welten immer wieder gehen. So, okay, und wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Also, Leute, ich sage euch ehrlich, ich glaube, wir könnten jetzt aber auch schon den ersten besiegen. Wir gucken mal. Also, ich glaube, ich muss hier gar nicht mehr neue Pads holen. Wir sind jetzt schon so krass. 500 Millionen. Also, wenn wir jetzt hier nicht den besiegen, dann weiß ich auch nicht. Und... Komm, 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 komm. Noch ein Stück. Ja, wir holen ihn auf. Wir holen ihn auf. Wir holen ihn auf. Ja, perfekt. Wir werden hier erster. Wir werden hier jetzt schon erster, Freunde. So wichtig. So wichtig, Leute. So wichtig. Okay, okay. Wir können gleich nächste Welt. Wir brauchen ein B. Ein B-Trophäen. Dann nächste Welt. Okay, also, das heißt, wir müssen hier gar nicht mehr unsere Pads zu Goldpads machen. Aber ist trotzdem gut zu wissen, weil ich glaube, in der nächsten Welt wird es sehr, sehr wichtig, dass man sich Goldpads macht. Und... Zack. Hier, wieder hier DJ Khaled überholt. Ich bin mal gespannt, was die nächste Welt wird. Die will ich mal sehen. Die will ich mal sehen, hier die nächste Welt. Ich hätte auch mal gerne mal wieder so eine Aura hier. Die kann man ja, wenn man Glück hat, kann man diese Auras ja gewinnen hier, äh, wenn man so ein Rennen gewinnt, Leute. Und... Oh, oh, Alfie läuft hier mit mir ein Rennen. Tschüss. Guck mal, man hat hier diese 1% Chance oder sowas. Fühl dich nicht, Herr Crymic, dass du so schnell bist. Wow, du bist ja richtig langsam. Ich werde hier mittlerweile erster. Du holst den DJ auf. Ich werde hier schon erster. Nein. Wie? Das war's für dich, Alfie. Wie hast du's geschafft auf einmal? Oh, ich bin halt krass. Was soll ich dir sagen? Was hast du gemacht, Herr Crymic? Was hast du gemacht, Herr Crymic? Ich hab einfach nur die ganze Zeit... Ich hab die ganze Zeit Auto-Essen an. Ich trainiere einfach die ganze Zeit. Wie? Ich bin einfach die ganze Zeit am trainieren. Kann doch nicht so sein. Ich werde vorletzter. Ich werde vorletzter. Und ich hab schon ein Gold-Pad, Bro. Ich hab mir ein Gold-Pad gemacht. Ich hab auch eins, aber das bringt mir hier nicht so viel gerade. Bro, ich mach halt pro Essen 580.000. Hör auf! Hör auf! Nein, ich hör nicht auf. Hör auf, Alfie Crymic! Nein. So, noch ein-, zweimal Rennen gewinnen, Junge, dann war's das für dich. Hör auf, Alfie Crymic! Nein! 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 Tschüss, tschüss, DJ Kenneth. Bitte, Alfie Crymic! Nee, nee, ich geh in die nächste Welt jetzt. Warum bist du so Aquatic? So, wir gehen jetzt schön in die nächste Welt. Alfie, du bist einfach... Du bist leider eine Lachnummer geworden, Alfie. Du hast aber irgendwas anderes als wegen den Haustieren bestimmt. Oder irgendwas. Du hast gekauft, ey. Ja, also... Du meinst zu Hause ausgehen, das rechnet sich gar nicht. Nein, ich schwör hab ich nicht. Ich schwör hab ich nicht. Kannst du überhaupt Matze Crymic? Das hast alles bloß gerechnet. Bro, ich hab Tränke geholt am Anfang, aber die bekommt man ja eh gratis die ganze Zeit wieder. Also, ich hab die ganze Zeit eigentlich Tränke aktiviert. Hab mir das für 1 Euro VIP-Gold, Bro. Für die Tränke hab ich 300 ausgegeben. VIP 100. Die Pets 300. Das war's, Bro. Ich hab, glaub ich, nicht mal... Du hast mir ausgegeben, mein Gott. Ich hab, glaub ich, nicht mal 1000 ausgegeben. Du kannst andere anlügen, aber nicht mich, mein Quaimix. Ich lüg dich doch gar nicht an. Sehr schade von dir, Bro. Das ist sehr schade. Ey, bist du ein Quatscher. Sehr schade, mein Quaimix. Leute, er ist so ein Quatscher. Schade, dass du so bist, mein Quaimix. Was kann man hier? Perks Tree gibt's hier. Hier kann man so Perks auswählen. Oh, hier kann man auch die maximale Haustier-Anzahl erhöhen. Okay, krass. Power Code. Okay. Mach du dich nicht, mein Quaimix. Aha. Ich fühl mich aber sehr gut, Bro. Das geht nicht. Ey, Bro, du weißt, Alfie, ich hab mal wieder gewonnen. Halbe Stunde ist vorbei. Du kannst gern noch weiterzocken, aber ich hab die Challenge mal wieder gewonnen, Bro. Das war's gewesen. Leute, das war's gewesen. Wir haben mal wieder gewonnen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und bis dahin, haut rein, Leute. Euer Quaimix. Bis dahin. Kommissar. Kommissar. Untertitelung des ZDF, 2020